Nachdem das letzte Case Review zu einem Produkt der Firma Spigen so gut ausfiel, habe ich mir gedacht, stelle ich euch noch ein weiteres Case für das iPhone 6 vor, und zwar das Neo Hybrid Case der Firma Spigen in der Farbe Champagner. Viel Spaß! Das Case kommt in einer Hartplastikverpackung daher und ist mit zwei kleinen Klebestreifen versiegelt. Nachdem wir diese beiden Klebepads aufgeschnitten haben, kommen wir auch schon ins Innere der Verpackung, wo uns als erstes gleich mal das Neo Hybrid Case entgegenkommt. Dieses lege ich jedoch als erstes nochmal kurz zur Seite und wir schauen mal rein, was denn noch so alles mitgeliefert wird. Zum einen haben wir hier einen Hinweis zum Echtheitszertifikat, anhand welchem wir die Echtheit des Produktes überprüfen können. Solche Echtheitszertifikate liegen den meisten Spigen-Produkten bei, so wirklich überprüft habe ich das aber noch nie. Weiter geht es nun mit dem Case. Wie ihr schon sehen könnt, besteht das Case auf der Rückseite aus einem gummierten Material, welches in der Mitte eine bestimmte Textur aufweist, um so das Case so gut wie möglich vor Fingerabdrücken oder Ähnlichem zu schützen. Auf der linken Seite des Cases haben wir dann den Plastikrahmen in der Farbe Champagner, welcher die Aussparungen für den Mute-Switch sowie die Abdeckungen für die Lauter- und Leiser-Taste beherbergen. Auf der Unterseite befinden sich die Aussparungen für den 3,5 mm Klinkenanschluss, den Lightning-Port und die Lautsprecher und auf der rechten Seite befindet sich dann noch die Abdeckung für den Power-Button. Nachdem wir nun alle Aussparungen kennen, können wir das Case noch einmal kurz auseinanderbauen, denn das Case besteht aus zwei Elementen. Einmal das Innere, welches aus einem gummierten Stoff besteht und sehr elastisch ist und dann haben wir natürlich noch den Rahmen, welcher farblich hervorragend zu dem iPhone 6 passt. Dies war bei vielen Hüllen, welche ich bereits hatte, leider nicht der Fall, doch beim Neo-Hybrid-Case passt der Champagner-Farbton hervorragend zum iPhone selbst. Nachdem wir nun das Case kennen, wollen wir es auch einmal zusammen mit dem iPhone ansehen und deshalb lege ich jetzt das iPhone in das Case. Ein kleiner Tipp am Rande, baut zuerst das Case zusammen und legt dann das iPhone ein, auch wenn es in der Anleitung andersherum geschildert wird. Ich bin echt beinahe verzweifelt beim Versuch, den Rahmen auf das restliche Case zu bekommen, von daher befolgt lieber meinen Rat, bevor ihr graue Haare bekommt. Wenn das iPhone nun im Case ist, können wir uns die ganzen Aussparungen und Buttons noch einmal etwas genauer ansehen. Anfangen möchte ich hier mit der Aussparung des Mute-Switches. Dieser liegt zwar etwas tiefer im Case, lässt sich jedoch trotzdem noch immer sehr gut bedienen und von daher solltet ihr auch keine Probleme haben, wenn ihr auch etwas kürzere Fingernägel habt, da solltet ihr noch immer gut rankommen. Weiter geht es mit der Kamera-Aussparung. Hier natürlich wieder der altbekannte Witz, der herausragende Effekt der Kamera geht anhand des Cases verloren, in diesem Kontext ist das aber auch sehr wünschenswert. Die Kamera verschwindet dabei im Case, auf den Fotos ist diese aber nicht ersichtlich. Auf der linken Seite haben wir dann die Abdeckung des Power-Buttons, dieser lässt sich ebenfalls noch ohne Probleme betätigen, der Druckpunkt könnte zwar durchaus etwas besser sein, aber das geht noch total in Ordnung. Ebenfalls auf der rechten Seite haben wir dann noch den Neo-Hybrid-Schriftzug, diesen habe ich euch vorher vorenthalten, doch vollständigkeitshalber habt ihr diesen nun auch gesehen. Weiter geht es mit der Unterseite. Wie ihr hier sehen könnt, sind die Aussparungen hier sehr großzügig gewählt, das heißt ihr solltet hier überhaupt keine Probleme mit etwas größeren Lightning-Kabeln oder dickeren Klinkensteckern haben. Über die Rückseite habe ich bereits vorher gesprochen, doch hier sehen wir nochmal die Textur, welche sich über den Großteil der Rückseite zieht. Diese fühlt sich wirklich hervorragend an und sorgt neben der Funktion zur Vermeidung von Fingerabdrücken auch noch für einen wesentlich besseren Grip in der Hand beim Halten und Bedienen des iPhone 6. Wenn wir das Case nun einmal kurz umdrehen und uns der Vorderseite widmen, sehen wir schon, dass es sich hierbei wieder um das altbekannte Lay-on-the-Table-Design handelt, sprich das Case ragt über das Display in der Höhe hinaus und sorgt dafür, dass es bei der Ablage auf einer geraden Fläche nicht mit dem Display selbst auf dem Tisch oder ähnlichem aufliegt, sondern am Rahmen des Cases. Und ja, das war es dann auch schon wieder mit diesem kleinen Review zur Neo-Hybrid-Case der Firma Spigen. Als abschließendes Fazit kann gesagt werden, das Case ist ein wahrlicher Alleskönner, angefangen vom wirklich beeindruckenden Design bis hin zur schockabsorbierenden Schutzfunktion, welche durch die gummierte Einheit vorhanden ist. Von mir gibt es für dieses Case eine ganz klare Kaufempfehlung und falls ich euer Interesse an diesem Produkt geweckt habe, findet ihr den Kauflink dazu unten in der Videobeschreibung. Jetzt würde es mich noch interessieren, was haltet ihr denn von diesem Case? Lasst es mich unten in den Kommentaren wissen. Über Feedback in Form eines Daumen nach oben und einem Abo würde ich mich natürlich auch wieder riesig freuen. Wir sehen uns dann beim nächsten Video. Bis dahin, ciao! Bis zum nächsten Mal! Tschüss! 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 Untertitelung des ZDF, 2020